hallo freunde der wissenschaft hier ist wieder christoph vom entdecker lab und heute geht es um die frage können kerzen unter wasser brennen ja komische frage wahrscheinlich werden sie sagen können sie nicht probieren was aus ich habe hier teelichte und ein tank mit wasser taucht immer unter keine überraschung für euch nicht und auch eure kinder nicht das geht natürlich nicht wasser nimmt man zum löschen und unter wasser ist keine luft die kerze kann also nicht brennen ganz klar aber ich sage jetzt kleinen trick wie das trotzdem geht und das ähnliche experiment haben wir neulich schon mal gemacht ich verlinke euch das mal da oben in der infobox neulich mit dem playmobil männchen gleicher effekt das glas enthält luft wenn wir das über die kerze stülpen geht die nicht gleich aus weil die hat ein bisschen luft damit die kerze eine weile brennen kann das ist der trick das heißt wir nehmen das glas mit der öffnung nach unten stülpen es unter wasser und lassen die kerze dann kurz untertauchen und holen sie wieder hoch die challenge besteht darin das unterzutauchen und wieder hoch holen und das so schnell zu machen dass die kerze nicht ausgeht weil ihr die luft unterm glas knapp geworden ist das ist ein schönes experiment was ihr als wettspiel mal auf dem kindergeburtstag machen könnt das haben wir schon mal ausprobiert das war ein großes hallo wir probieren es mal aus ich setze die brennende kerze mal auf die wasseroberfläche nehmen das glas mit der luft dunkles über und jetzt geht es schnell jetzt müssen wir es untertauchen ihr seht die kerze brennt natürlich noch holen es wieder hoch und belüften das glas wieder kerze brennt noch ja ich habe das natürlich geübt so einfach ist das gar nicht probiert es mal selber aus ich mache es noch mal hol es wieder hoch und zeige euch mal einen effekt habt ihr gesehen wenn ich das glas wieder nach dem untertauchen hoch hole dann macht es blub und dieses blub bläst die kerze am ende aus das ist einer der tricks den man beherrschen muss damit man diesen effekt schön vorführen kann ich zeige euch es noch mal untertauchen zügig wieder hoch holen und dann das glas langsam kippen dass das blubben nicht passiert gesehen das ist ein schönes experiment das funktioniert als zaubertrick für die kinder zum vorführen oder auch wie gesagt als wettspiel auf dem kindergeburtstag ja wenn es euch gefallen hat probiert das mal aus schaut beim nächsten mal wieder zu und abonniert den kanal tschüss christoph vom entdecker lab